Peru. Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an dieses Land denkt? Panflöten, Ponchos, Alpakas? Ja, ist sicher alles richtig. Für diese Dinge ist Peru bekannt. Aber das Land ist natürlich noch viel mehr als irgendwelche Symbole oder Klischees. Peru ist zum Beispiel die Wiege einer der am weitesten entwickelten Kulturen, die es jemals auf dem Planeten gegeben hat. Die der Inkas. Peru hat landschaftlich unglaublich viel zu bieten. Von den Anden bis zum Amazonas. Und Peru ist so reich an Bodenschätzen wie kaum ein anderes Land in Südamerika. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jahrzehntelange Kriege, Diktaturen, Unterdrückung von Minderheiten und eine gespaltene Gesellschaft. Hier bei uns spielt Peru in den Nachrichten kaum eine Rolle. Dabei gibt es dort seit Wochen schon Proteste, deren Folgen an das erinnern, was momentan im Iran passiert. Hunderte Verletzte, Dutzende Tote und unzählige Demonstranten in Haft. Die Situation in Peru ist ernst. Und auch wenn das Land weit weg ist oder weit weg scheint, das hat früher oder später auch direkte Auswirkungen auf uns in Deutschland. Der Überblick dazu jetzt. Auf den ersten Blick ist die Situation in Peru chaotisch. Straßensperren, Streiks, Demonstrationen, Sicherheitskräfte, die auf Demonstranten einprügeln, schon seit Wochen. Eine Regierung, die eigentlich keine Regierung mehr ist. Ein Parlament, das ein langes Machtspiel gewonnen hat. Ministerinnen und Minister, die teilweise im Wochentakt kommen und gehen. Das klingt ziemlich unübersichtlich. Und tatsächlich muss man ein bisschen ausholen, um das zu verstehen, was da gerade in dem Land passiert. Und auch um die Tragweite zu verstehen. Aber wir machen das alles der Reihe nach. Das hier ist Peru. Gelegen im Westen Südamerikas. Unterhalb von Kolumbien und Ecuador. Nachbarland von Brasilien, Bolivien und Chile. Peru hat rund 33 Millionen Einwohner. Sie alle sind Peruaner. Allerdings, so einheitlich wie das klingt, ist es gar nicht. Neben den Nachfahren von Eingewanderten und ehemaligen Sklaven leben in Peru rund 55 verschiedene indigene Völker. Also Völker, die schon dort waren, bevor irgendwelche Menschen von außerhalb das Land für sich beansprucht haben. In diesem Fall waren das vor allem die Spanier, die von außerhalb kamen. Vier der Völker leben in den Anden. 51 im Amazonasgebiet. Einige dieser Völker im Amazonas gehören zu den sogenannten isolierten Völkern. Das sind Menschen, die sich ganz bewusst vom Rest der Welt abkapseln und so ursprünglich leben, wie nur irgendwie möglich. Ihre Gebiete sind gesperrt, niemand darf dort einfach eindringen. Zum Beispiel wegen der Gefahr durch Infektionskrankheiten, die man dort dann überbringen könnte. Gleichzeitig gibt es in Peru aber auch den kompletten Gegensatz. Eine urbane Stadtbevölkerung, westlich orientiert und auf der Suche nach immer mehr Vernetzung. Diese Menschen sprechen vor allem Spanisch. Die meisten von ihnen stammen von ehemaligen Einwanderern ab. Spanisch ist in Peru auch die Amtssprache. Daneben gibt es aber mit Quechua und Aymara auch zwei indigene Sprachen, die zumindest in einigen Regionen als Amtssprachen angesehen werden. Plus 45 weitere indigene Sprachen, die zum Teil nur noch von wenigen hundert Menschen aktiv gesprochen werden. Peru gehört damit zu den Ländern in Lateinamerika, die einen besonders hohen Anteil indigener Menschen in der Bevölkerung haben. Nur Bolivien hat mehr. Schätzungen schwanken, je nach Auslegung des Begriffs indigen, zwischen 14 und knapp 50 Prozent. Die meisten Indigenen leben auf dem Land. Viele von ihnen sind in traditionellen Berufsfeldern unterwegs, wie zum Beispiel als Bauern. Und auch wenn die indigenen Peruaner so heterogen und vielseitig sind, eines haben die meisten von ihnen gemeinsam. Sie gehören zu den sozial Schwächeren im Land. Die Arbeitslosenrate unter ihnen ist hoch, der Lebensstandard niedrig. Und die Bedingungen, unter denen sie wohnen müssen, sind oft katastrophal. Insgesamt haben zwischen 50 und 80 Prozent der indigenen Peruaner zum Beispiel keinen Zugang zu Trinkwasser. Und auch politisch sind die Indigenen unterrepräsentiert. Zwar sichert ihnen die Verfassung des Landes zugleichgestellt mit den sonstigen Einwohnern zu sein. Aber von den 130 Abgeordneten im peruanischen Parlament im Kongress definieren sich aktuell nicht einmal 5 Prozent als Indigen. Obwohl, wie gesagt, fast die Hälfte der Bevölkerung mutmaßlich indigene Wurzeln hat. Eine Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung zur politischen Situation der Indigenen in Peru kommt deshalb zu dem Schluss, Zitat. Und nicht nur das. Auch was Umweltbelastungen angeht, werden Indigene in Peru immer wieder diskriminiert. Ein Beispiel. Chiknyahui in den Anden. Hier leben seit Jahrhunderten die Angehörigen der Chekua-Gemeinde. Sie betreiben vor allem Ackerbau und Viehzucht. Genau das ist seit einiger Zeit aber kaum noch möglich. Und der Grund dafür ist Las Bambas. Eine der größten Kupferminen der Welt. Nur wenige Kilometer entfernt. Las Bambas wird inzwischen betrieben von einem Unternehmen aus China. Das baut Kupfer unter anderem auch für den deutschen Markt ab. Und dieser Rohstoff ist extrem wichtig für die Energiewende. Denn ohne Kupfer keine Elektrifizierung. Das heißt, ohne Peru wären wir hier in Deutschland aufgeschmissen. Peru ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt. Und unser Bedarf steigt immer weiter. Soll sich in den kommenden zehn Jahren sogar verdoppeln, sagen Experten. Für die betroffenen Einwohner ist das aber ein großes Problem. Denn durch den Abbau von Kupfer werden verschiedene Metalle freigesetzt, die die Umwelt belasten. Und auch Tiere und Menschen. Kühe bekommen den Staub in die Lunge und vergiften. Felder können nicht mehr bewirtschaftet werden. Und Menschen werden krank. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat bei einer Analyse in der Region zwischen 2018 und 2020 herausgefunden, bei 78 Prozent der untersuchten Personen haben die Schwermetalle im Körper das überschritten, was die Weltgesundheitsorganisation als Grenzwert angeht. Teilweise auch erheblich. Die peruanische Regierung lässt aber bis heute Kupfer weiter abbauen. In anderen Gegenden Perus sieht es ähnlich aus. Auch Ölförderung, die für verseuchte Gebiete sorgt, ist ein großes Problem. Und wenn die Betroffenen es schaffen, dagegen zu klagen, dann sitzt auf der anderen Seite oft der peruanische Staat. Anstatt die Menschen zu unterstützen, sorgt man dafür, dass ihre Klagen teilweise nicht durchkommen. Man könnte noch eine ganze Weile weitermachen und über die ungleichen Verhältnisse in Peru sprechen. Aber ich denke mal, das Grundproblem ist klar. Indigene im Land werden stark benachteiligt, auch nachweislich benachteiligt. Dazu kommen regionale Unterschiede, zum Beispiel zwischen den Küsten und den Anden. Das heißt, Peru hat ein Gerechtigkeitsproblem. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit mehr als 200 Jahren. Am 28. Juli 1821 wurde Peru unabhängig von Spanien. Und seitdem ist es nicht gelungen, die Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Immer wieder wurde Peru erschüttert durch Kriege, durch interne Konflikte und brutale Diktaturen. Und das bis in die Gegenwart. Zwischen 1996 und 2001 beherrschte Alberto Fujimori das Land, ein Politiker mit japanischen Wurzeln. Der brachte zwar einerseits einen leichten wirtschaftlichen Aufschwung, andererseits ist er besonders hart gegen die indigene Bevölkerung vorgegangen. Unter seiner Regierung wurden zum Beispiel knapp 300.000 indigene Peruanerinnen und Peruaner zwangssterilisiert. Ein Verbrechen, für das Fujimori später verurteilt worden ist. Aber trotz dieser Verurteilung, die politische, ich sag mal Kaste, die jahrzehntelang das Land unter Kontrolle hatte, ist nach wie vor an der Macht. Da gibt es verschiedene Parteien und Ausrichtungen, Ideen darüber, wie man das System gestalten könnte und wie Peru wirtschaftlich vorankommen könnte. Aber für mehr Integration der Indigenen haben sie alle kaum Pläne. Was stattdessen passiert, ist, dass immer wieder Einnahmen aus den reichhaltigen Bodenschätzen des Landes in private Taschen rutschen. Geld wird veruntreut und der Bevölkerung vorenthalten. Die eigentlichen Potenziale, die Peru mit sich bringt, werden nie richtig ausgeschöpft. Immerhin, Peru ist inzwischen deutlich demokratischer, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Es gibt eine Gewaltenteilung und einigermaßen freie Wahlen. Und genau das hat 2021 für eine Sensation gesorgt. Sozusagen aus dem Nichts wurde ein Mann zum Präsidenten gewählt, der anders ist als die meisten Politiker in dem Land. Nämlich er hier, Pedro Castillo. Bis zu seiner Kandidatur war Castillo ein Unbekannter. Gearbeitet hat er als Lehrer an einer kleinen Dorfschule und er war auch politisch engagiert. Als Gewerkschaftsführer hatte er mehrere Streiks organisiert, er war alles nur lokal vor Ort. Das Wichtigste war für viele Menschen, mit der etablierten Politik hatte er nie wirklich etwas am Hut. Und genau das war der entscheidende Vorteil. In einer Stichwahl konnte sich Castillo ganz knapp gegen seine Konkurrentin durchsetzen. Übrigens eine Tochter des ehemaligen Präsidenten Fujimori. Ihr erinnert euch, der verurteilte Präsident. Gerade einmal rund 44.000 Stimmen haben am Ende den Ausschlag gegeben. Bei knapp 20 Millionen Wahlberechtigten. Und die haben auch tatsächlich fast alle gewählt, denn in Peru gibt es eine Wahlpflicht. Gewählt wurde Castillo insbesondere vom ärmeren Teil der Bevölkerung und auch von den Indigenen. Castillo hatte im Wahlkampf nämlich einige Dinge versprochen, die ihnen sehr zugesagt haben. Aufklärung von Umweltskandalen zum Beispiel, wirtschaftliche Förderprogramme und eine neue Verfassung, die von einer Nationalversammlung beschlossen werden sollte. Mit dieser Verfassung, das war das Versprechen, sollten die Indigenen gleichberechtigt werden. Und zwar wirklich gleichberechtigt. Allerdings, so richtig voran ging es unter Castillo nicht. Corona hat für Probleme gesorgt. Lange hatte Peru die höchste Corona-Sterblichkeitsrate der Welt. Der Wirtschaft ging es schlecht und dann war da immer wieder der politische Gegner. Und von außen betrachtet war Castillo zwar vielleicht ein Hoffnungsträger, aber gleichzeitig politisch extrem unerfahren. Und einige seiner Positionen haben auch nicht wirklich zur Linie seiner Partei gepasst. Castillo ist zum Beispiel für die Todesstrafe und gegen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Er begründet seine Position noch immer wieder mit seinem katholischen Glauben. Seine Partei, die linke Peru Libre, hatte außerdem keine Mehrheit im Parlament. Und als Castillo nach Streitigkeiten im September 2022 aus der Peru Libre ausgetreten war, hatte er fast keinen Rückhalt mehr im Parlament. Seine Regierung war stellenweise chaotisch. In den rund 16 Monaten seiner Amtszeit hat er rund 80 Ministerinnen und Minister eingestellt und dann auch immer wieder entlassen. Immer wieder ist Castillo an den Konservativen gescheitert. Die wiederum haben mehrfach versucht, ihn des Amtes zu entheben. Zweimal vergeblich, aber beim dritten Mal hat es schließlich geklappt. Und das mit einem Knall. Ein kleiner Rückblick. 7. Dezember 2022. Kurz vor der Abstimmung über die Amtsenthebung von Castillo, wie gesagt die Dritte, tritt der vor die Fernsehkameras. Er werde das Parlament auflösen, sagt er. Der Notstand würde ausgerufen und es solle eine Neuwahl des Parlaments geben. Das war nicht mehr und nicht weniger als ein Staatsstreich durch den Präsidenten. Das Parlament hat sich widersetzt und auch das Militär hat nicht mitgespielt. Am Ende wurde Castillo tatsächlich seines Amtes enthoben und verhaftet. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Für Castillo hat übergangsweise die Vizepräsidentin Dina Boluate das Amt übernommen. Und kam direkt zu, muss man sagen, trauriger Berühmtheit. Denn viele Anhänger von Castillo sind gegen seine Amtsenthebung auf die Straße gegangen. Sie waren nicht einverstanden, wie das gelaufen ist. Sie haben gesagt, das war ein Putsch des Parlaments. Sie haben protestiert, sind in Streiks getreten und haben Verkehrswege blockiert. Sie sind überall im Land, vor allem dort, wo besonders viele Indigene leben, die hinter Castillo stehen. Die neue Übergangspräsidentin Dina Boluate, die eigentlich mal gesagt hatte, bei einer Amtsenthebung von Castillo würde sie auch zurücktreten, hat hart dagegen gehalten. Auf ihre Anweisungen hin wurden Menschen verprügelt und wohl auch beschossen. Rund 50 Todesopfer soll es bis jetzt geben und weit mehr als 500 Verletzte. Die Bilanz ist verheerend und die Kritik ist groß. Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt zum Beispiel dazu im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, Zitat, Es gibt sehr schwerwiegende Hinweise, dass die Sicherheitskräfte bei der Niederschlagung der Proteste gegen Menschenrechte verstoßen haben. Dies muss rasch und unabhängig untersucht werden. Ja, und auch von anderen Organisationen weltweit gibt es Kritik, auch am politischen Vorgehen von Boluata. Denn anstatt direkt Neuwahlen anzukündigen, was die Situation sicher beruhigt hätte, wurde die nächste Wahl auf 2024 gelegt. Bis dahin will die Regierung oder die Übergangsregierung weitermachen. In Peru herrscht deshalb schon seit Wochen Ausnahmezustand. Das Militär ist auf den Straßen. Es gibt Attacken von Oppositionellen und brutale Übergriffe auf ganz normale Demonstranten. Die Lager im Land sind dabei gespalten. Die einen sehen in Castillo einen Möchtegern-Politiker, der das Land in den Untergang treiben wollte. Für die anderen ist er jemand, der endlich für Gerechtigkeit gesorgt hat. Dabei spielen auch verschiedene Theorien eine Rolle. Unter anderem der Einfluss der USA. Zwischen Peru und den Vereinigten Staaten muss man wissen, gibt es schon seit 200 Jahren enge Beziehungen. Vor allem in der Wirtschaft. Neben China sind die USA der mit Abstand wichtigste Handelspartner Perus. Der direkte Zugang zu den Bodenschätzen des Landes ist für die USA extrem attraktiv. Und die Befürworter Castillos sagen, genau deshalb war ihr Mann im Weg. Denn Castillo wollte Peru mehr an den eigenen Bodenschätzen beteiligen und ausländische Mächte zurückdrängen. Der Vorwurf ist, genau deshalb haben die USA dazu beigetragen, Castillo zu stürzen. So wie sie es über ihren Geheimdienst CIA in der Vergangenheit schon öfter in Lateinamerika gemacht haben. Als ein Beleg dafür gilt ihnen, dass sich die US-Botschafterin in Peru einen Tag vor Castillos Festnahme mit dem Verteidigungsminister des Landes getroffen hat. Und der wiederum hatte dann später dem Militär befohlen, sich gegen Castillo zu stellen. Ob da was dran ist? Das ist wirklich schwierig zu sagen. Die USA streiten jeden Zusammenhang ab. Und stichhaltige Belege gibt es bisher nicht. Aber natürlich heizen solche Theorien die Stimmung im Land noch einmal ordentlich an. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Naja, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass Peru bis zu den nächsten regulären Wahlen 2024 durchhält. Das könnte die Regierung eigentlich nur mit Gewalt machen. Und so etwas funktioniert auf Dauer nicht. Die einzige Lösung dabei wären frühere Wahlen und eventuell tatsächlich eine neue Verfassung. Aber bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Und wir in Deutschland werden die Folgen davon unmittelbar mitbekommen. Nämlich vor allem dadurch, dass alles, was mit Kupfer zu tun hat oder mit anderen Rohstoffen aus Peru, noch teurer wird, als es momentan sowieso schon der Fall ist. Durch die Unruhen wird das nicht einfacher. Wie würdet ihr die Situation denn lösen? Und wusstet ihr, was da gerade in Peru los ist? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr außerdem noch ein Video zur aktuellen Situation in Brasilien, also dem Nachbarland Perus. Da geht es auch gerade heiß her und direkt darunter gibt es etwas zu einem ganz anderen Konflikt, nämlich dem Konflikt zwischen Japan und Russland. Auch da gerne mal reinschauen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.